So, ein Fauxpas mit M, Fernanda. Ich habe tatsächlich mal meinen Minirock verloren auf der Bühne. Das ist kein Scherz. Also bitte, was musst du uns aber jetzt wirklich erzählen? Es war damals noch mit meiner Band vor langer, langer Zeit und wir hatten für diesen Quick Change, also wenn man sich ganz schnell umziehen muss auf der Bühne, einen Klettverschluss mit diesem Minirock. Und ja, bei einer viel zu wilden Bewegung ging das Ding einfach auch. Zum Glück hatte ich was ganz Hübsches drunter an. Es war aber nicht geplant, diesen Rock zu verlieren und ich habe mich in Grund und Boden geschämt und musste dann hinterm Vorhang schnell den Rock wieder zusammentun und raus auf die Bühne mit dieser Angst natürlich wieder den Rock zu verlieren. Das war sehr speziell.